Du kannst rennen, aber du kannst dich nicht verstecken. Du kannst der Packman töten, aber mich nicht. Einfach nicht, einfach nicht. Der Admiral 23. Ja, lad halt nach, nach dem 12. Fick dich. Ja, dich auch. Es war ein anderer. Achso. Ey, ich bin nicht aufgelistet. Ah, ich bin ganz unten, deshalb. Failed. Oh mein Gott. So. Ah, ich... Wieso wechselst du die Waffe, amigo? Weil es kann. Ja, weil er cool ist. Alter, es hat Lags. Also nicht das Spiel, nicht das Spiel an sich, der Server. Nur weil es ja einen Cowboyhut auf hat. Wo hocken sie? Meine Fresse. Die sind da irgendwo am rumgehen. Nein. Alter, mach ihn zu Brei. Ja, super. Ja. Ich habe 50 Punkte bekommen. Für? Fürs Helfen und Abschiessen. Macht jemand die Bombe scharf? Ich bin dran. Ah, sehr gut. Sehr gut gemacht. Hälfte habe ich schon. Und... Hab's. Guck gemacht, Martin. Dankeschön. Einmal im Leben hast du was richtig gemacht. Oh mein Goodness. Ah, da wollte gerade einer übers Dach drüber fahren. Ich nehme mal den langen Weg übers Dach. Okay. Loll, der hat sein Auto auf dem Dach geparkt. Ja, wenn man es kann. Wie das? Nein, 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 nein. Oh, zum Glück kein Schaden. Wie hat... Wie zum... Kai hat der sein Auto auf dem Dach geparkt? Mit Skill? Äh, Dude. Komm mal. Ich schaffe das nicht alleine. Ach so, ja. Aber heute läuft es wieder, ne? Heute... Irgendwie sollten wir regelmäßig einen Monat nix. Nicht mehr APB spielen und danach wieder... Ne, ich laufe. Danke. Okay. Muss auf meine Fitness achten. Wir sollten hier rein. Ja, hier. Ne, nicht frontal. So ein bisschen sneaky. Ich sag einfach nicht, dass das Auto explodiert ist, okay? Ja, ist besser. Jungs, ich schaffe das nicht alleine. Du bist alleine, du redest... Ach doch, der andere ist offline. Du redest nur mit mir. Hm. Ich trau der Situation noch nicht. Ja, da kommt ein Auto rein. Ist ne Warnungskollege, da kommst du nicht durch mit deinen Kugeln. Ui, Wand. Killst die doch, nein! Oh, tausend zu spät. Sorry, eine Sekunde zu spät. Meine Fresse. Hast du mir nur 100 Punkte bekommen, das sind nur 50. Ich hab ihn gekillt. Hast du 100 Punkte bekommen? Ich glaube es. Muss ich nachgucken. Das Gefühl, wenn man alle Schüsse daneben schießt und dann nachladen muss. Ich mach mal die Bombe. Ich hab ja nichts, ich hab ja nichts. Achtung, kommt einer rein. Oder eine, oder E's. Die will mich töten, so sieht es aus. Dankeschön. Jetzt ist er tot. Achtung, da kommt noch einer, aber der schafft's nicht. Bis dann hab ich's gemacht. Wo kommt einer? Und von da, wo die andere Cowboy-Type-Typ gekommen ist. Da. Nehmen wir ihn ins Kreuzfeuer. Kreuz. Der Schweizer Kreuzfeuer. Ich seh nicht. Na, das ist weg. Egal, wir können sich im nächsten Dings fahren. Da, 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 da. Fuck! Achtung, da, 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 da. Wie viele Live-PS hast du? Was? Wie viele Live-PS hast du? 50, 60. Hm. Ja, ne, ich schwank zwischen 45 und 55. so aber sind genug naja würde ich mal behaupten saugiste ROADKILL ups failed äh ich oh oh ich kann nicht bremsen haha wieso bin ich ganz unten ich ich hab doch drei Kills unser Pac-Man nicht aber ich hab mehr Punkte weil ich Premium bin um den interessieren die Punkte ja mir und jetzt hast du ja wohl wieder entschieden an zu ziehen ich war schon immer angezogen da kommt einer ja wie gesagt Forno-Mod der 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 sich nach einer Seite der von hinten der von der oben was zum ah ich glaube der hat aufs Auto geschossen deshalb habe ich keine Schüsse mit ach so mhm das hat bis jetzt auch explodiert mhm ach so ach was du nicht sagst da ist das eigentlich die letzte Mission zum Bomben scharf machen und wir müssen wir das noch machen don't know bis wir es können ja bis bis wir die besten vom Server sind bis wir alle auseinander ficken genau äh ich nehme das alter fliegt da ok ja das ist der super flyboy irgendwie der hat vorhin auch sein Auto auf dem Dach geparkt ok ich nehme mal einen anderen Weg ne oh oh Sniper oh oh ich muss gucken dass der Typ nicht von hinten kommt oh, achten, granate, granate nur auf eine granate, oder? ja, don't give a fuck hab sie, mach lol, hast du? ja gut, ich hab's, weil ich hab du elender Hund kannst du mir schnell Feuerdeckung geben, oder Deckungfeuer, oder was auch immer, okay, warte, ich hab's du weißt, es explodiert jetzt dann jeden Moment nein, hab ich nicht gewusst der steht da irgendwo ähm, verteidigen, no der, der verpisst sich jetzt ja, der wird verteidigen ja, die haben's gleich, wir haben's immer verarscht, und was los fuck gib mir ein Auto ja, toll ja, 15 mal killen ist ja kein Problem mach ich red den Tag ja, ne daily business ja, Leute, jetzt haut mal rein, ne wir müssen die Leute 15 mal killen und wir dürfen ja, wir sind nur zu zweit nein, wir haben noch wir sind nur zu zweit, mein Lieber hä, wieso sehe ich im Tab dann noch mehr das kann gar nicht sein der andere, der andere ist offline hä, wenn ich Tab drücke, dann sehe ich da übelst viele Leute das kann gar nicht sein doch ist es aber ja, aber guck oben links, das sind nur wir beide ja, 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 das sehe ich auch wenn, wenn wir jetzt niemanden killen haben sie dich jetzt gekillt? ja oder bist du mit dem weißen Van umher gefahren? ne ach, ich wollte schon sagen aber die sind auch noch zu zweit, ne ja, aber zwei goldene in einem Auto oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh ja, nicht in einem Auto der andere ist oben drauf ich will dir nichts sagen aber wir werden verlieren sie haben sich aufgeteilt nein, haben sie gar nicht war nur ein Leck nein, ich nehme jetzt mal den Dicken hier ok, Achtung, von hinten kommt einer, oder? oh, ne, 80 Meter, ok du darfst auf jeden Fall dann, äh, mal auf Gas drücken und schiebst du nicht weg yes ha 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 ups du bist auch gestorben fail ha 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 best kill ever ha 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 alter lass weg ins Noctil einfach so an die Wand gedrückt und zermanscht alter pack deinen Skill aus das sind zwei goldene Junge ich habe auch einen Kill ich habe auch einen Kill ich habe auch einen Kill ich habe, äh, ok, ich habe keinen Kill ja, aber du schlecht bist du bist schlecht, muha ha ha hey, Kollege soll ich dich nochmal mit meinem LQZ mann ups er hat zermanscht mich mit seinem Sniper ach, und er hat ein scheiß gutes Sniper jetzt habe ich auf T gedrückt fuck nimm dein Auto los, 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 los nimm mich mit uah hast du einen? ja, ich habe einen gekillt ne, aber sie haben mich gekillt mhm nachladen in den dümmsten Momenten Alter, ich hätte ihn gekrigt maaaann gotcha oder du hast ihn Ich hab einen. Der will dich überfahren. Was du nicht sagst. Dich auch. Ich bin aber im Auto. Ich soll dich überfahren. Achtung! Oh shit! Da will einer festnehmen. Pass auf. Ah, meine Fresse. Ja, ich hab noch einen. Achtung! Ich hab's auf der Map gesehen, dass er dich überfahren will. Ja, ich hab's gespürt. Warst du... Warst toll? Ja, angenehm. Guten Flug! Hä? Was zum... Der saß noch im Auto, man. Ja, danke. Alter, der saß im Auto. Scheiß Legs. Wieso? Wieso wird mir das hier so angezeigt? Wieso? Ah, die mit ihren Waffen. Die Festnahmepistole, ne, die haut so fett rein. Das ist übel. Das ist... Ja. Das ist... Das ist Zeit für meinen Pick-up. Das ist Zeit, die von der Weg... Von der Weg... Von der Weg zu Straßen, ne? Ja, johm. Ich muss jetzt von der Weg, Weg, Straßen. Weg, 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 Straßen. So. Ja, johm. Ne, von der Straße weg, äh... Fisten. Ja. So, zermanschen wir denen nochmal das Auto. Nein, du Hund! Ich hab nicht dich erwischt, ne? Nein. Gut. Aber der andere lebt noch, pass auf. Ja. Du bist aber nicht gestoppen, oder? Schönes Ding. Oh! Auto! Alter, lad nach! Sorry. Er hat bei mir eine halbe Stunde nachgeladen. Ja, ich müsste auch nachladen. Meine F***. Danke. Okay. Das war ein Free Kill. Aber ich glaube, wir schaffen das nicht. Holy! Ja, schieß halt ins Auto. Ja. Ja, sie haben gewonnen. F***. Ja, egal. Na ja, kann vorkommen. Wer hat mich jetzt angeschrieben? Also ich nicht. Ja, war in der WhatsApp-Gruppe. Ach so, hui. Montag frei haben ist schön. Ja, nicht wirklich. Weil du dann die ganze Woche durcharbeiten musstest. Esst. Nein, ich will mein Auto. Ich will nicht in das Kack-Auto einsteigen. Ja, wollen wir noch eine Runde machen, oder wie? Ja, einer geht noch. Einer geht noch ein. Habe ich mir Samstagabend auch gedacht. Ey, wir hatten so einen Geschäftsausflug. Wo wir so im Hotel waren, danach in der Bar. Ich war leicht angetrunken, sagen wir es so. Ja, ja, leicht. Ja, ja. Bisschen stark angetrunken. Alter. Ich hatte z... Was habe ich alles getrunken? Ich habe zwei Corona-Bier. Ein Caipirinha. Und das letzte weiß ich nicht, wie es hieß. Siehste, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt. Alzheimer und Trinken. Amareno Sour war es, glaube ich. Okay, nicht süß. Nein, nein, nein. Es ist mein neuer Lieblingsdrink. War richtig lecker, deshalb habe ich irgendwie drei von den Dingern gekillt. Und ja, danach ging es mir gut. Und nach dem ganzen Zeug, sagst du eben noch leicht angetrunken. Ja. Ja. Okay. Lassen wir das so im Raum stehen. Lassen wir es so im Raum stehen. Nee, ich habe echt noch nie so viel gesoffen. Das höchste, was ich irgendwie getrunken habe, waren zwei oder drei... Ähm... 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 Wie heißen sie? Coronas? Ich... 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 Einfach mal lieb... Mein Lieblingsbier. Fass ein Grüß, lass grüßen. Ab dich. Du musst nachladen, ne? Hm. Wir müssen wieder mal gegen zwei Goldene spielen. Wir haben aber auch einen Goldenen. Ja. Ist der andere jetzt abgekratzt? Keine Ahnung. Oder lebt der andere noch? Das ist schwer zu sagen. Oli. Ja, Alter, schieß doch durch die Wand durch, Alter. Pass auf, dass die das nicht einnehmen, ne? Ja, ja, ich komm, ich komm. WTF? Er fissert mich von hinten. Ah, ah, ah! Oh! Hahaha! Also, das Spiel ist so unfair. Fuck it! Weißt du, wir kriegen den Goldenen und was macht der? Der kratzt einfach nur ab. Hm. Ja, bringt's. Classic! Classic! That's how it rolls. Ähm. Ich hab uns glaube ich angenommen, ja. Äh, nicht mein Pickup nehmen, weil ich den jetzt respawnen will. Ja, keine Hektik. Nimm nur. Wow, wow. Hei noch, geht noch. Also, war ein tolles Wochenende, muss ich wirklich sagen. Es war wirklich toll. Ja, es bleibt ihm. Also, das Hotel hat meiner Meinung nach zwar keine vier Sterne verdient, aber... War ganz gut. Ja, sorry, also, in einem vier Sterne Hotel erwarte ich wirklich, dass es gut ist. Und, ähm, wenn du am Morgen über den Boden gelaufen bist, hast du das ganze Hotel aufgeweckt. Oh mein Gott. Jeder stellt so... Pssst! Ist ja nicht so, dass ich irgendwie 200 Kilo wiege oder so, aber... Oh mein Gott. Classic. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt! Alter! Tut mir leid, ich dachte, du bist ein böser Mensch. Ja, das dachte sich letztens einer in der...